Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs tun. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Tut, Tat, Hat, Getan. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich tue. Du tust. Er tut. Wir tun. Ihr tut. Sie tun. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich tat. Du tatst. Er tat. Wir taten. Ihr tatet. Sie taten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe getan. Du hast getan. Er hat getan. Wir haben getan. Ihr habt getan. Sie haben getan. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich tue. Du tust. Er tue. Wir tun. Ihr tue. Ihr tue. Sie tun. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich tue. Du tätest. Er täte. Er täte. Wir täten. Ihr tätet. Sie täten. Den Schluss macht der Imperativ. Tue du. Tun wir. Tut ihr. Tun sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb tun. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Euer Team von Netzwerb. Wir sehen uns beim nächsten Mal.